Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister. Ich höre immer, oh, da habe ich Glück gehabt. Oh, was für ein Glück. Und ich möchte euch gerne etwas aufzeigen. Glück gibt es nicht. Nein, Glück gibt es nicht. Denn wenn wir sagen, ich habe Glück, dann tue ich das, was in meinem Leben passiert, den Zufall zu rechnen. Zufällig. Ja, es ist mir zugefallen, weil es mir bereitet wurde durch den Herrn, durch den Allerhöchsten. Und das ist das Tolle daran. Das ist wirklich das Tolle daran, dass Gott mir die Wege bereitet. Ihm zur Ehre ist es, nicht um mich zu rühmen. Und so ist es auch. Habe ich ein Geldsegen, dann lebe ich doch ihm zur Ehre, bin ich reich und glaube an den Herrn. So lebe ich doch ihm zur Ehre. Dann, egal was ich damit mache, dass es ihm zur Ehre ist. Sei es, wenn ich Geschwister unterstütze, sei es, wenn ich einen Dienst verrichte. Und bin ich arm, dann lebe ich auch ihm zur Ehre. Denn ich bin genügsam. Wie sagt Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Ja, die Gnade, das ist das Krasseste. Dadurch sind wir wirklich reich. Dadurch haben wir wirklich Gewinn durch seine Gnade. Alles andere, sagt man so schön, ist Beifang. Eigentlich ist es nicht Beifang, denn Gott schenkt es uns obendrauf. Und zwar nach dem Maß, wie er uns schenken möchte und wie es für uns zum Besten ist. Er ist so ein wunderbarer Vater, der uns lehrt, mit gewissen Dingen umzugehen. Zum Beispiel haben wir keine Ahnung, wie man mit Geld umgeht. Gott lehrt es dich. Der Herr zeigt dir immer wieder, was es bedeutet, Geld zu haben und damit einen Dienst zu tun. Und er zeigt auch immer wieder, Geld nicht zu haben und sparsam zu sein. Und so lehrt er dich, wie man damit umzugehen hat. Und dass es kein Gott ist, den du zu verehren hast, weil du damit irgendwelche Dinge erreichen kannst oder manipulieren kannst, um Macht auszuüben. Sondern es soll ihm zur Ehre sein. Und so ist es in allem in dieser Welt. Das ist genau der Punkt. Denn lebe ich, so lebe ich dem Herrn. Und sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn. Leide ich, so leide ich dem Herrn. Und habe ich, so habe ich dem Herrn. Also alles, was ich in meinem ganzen Leben tue, soll ich für den Herrn tun und ihm zur Ehre. Denn es ist nicht mein eigener Verdienst. Ich habe es mir nicht selbst, ja vielleicht selbst erarbeitet, wenn ich in einer Firma arbeite, einen guten Job habe. Aber dann muss ich trotzdem Gott die Ehre geben, denn er hat mich dort hingesetzt. Er hat mir diese Talente und Fähigkeiten gegeben, dass ich dieses erst mal erlernen kann. Er hat mir diesen Job gegeben, dass ich genau dort eingesetzt bin, was ja jeder heute so selbstverständlich erachtet. Nichts ist selbstverständlich, gar nichts ist selbstverständlich. Gott sagt, ich bereite alle Wege, damit sich niemand selber rühme, sondern ihm die Ehre gibt. Und dann verstehen wir auch, ein Glück, Glück kann es nicht geben, sondern Gott misst uns bei. Und warum verteilt er es so unterschiedlich? Jetzt könnten wieder Leute kommen, ja das ist doch ungerecht. Ja, es ist ungerecht, dass die Menschen, die etwas mehr haben, es für sich behalten und nicht auf andere achten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wenn ich nur mich selbst liebe und nur mich selbst versorge und nur mir selbst das Beste und Schönste bereitstelle, wie kann ich dann zum Segen anderer sein, wenn ich König Salomo dabei anschaue, wie Gott ihn gesegnet hat. Er wollte nur Weisheit haben, damit er gerecht als König handle und richte. Und Gott gab ihm alles andere obendrauf. Er gab ihm den Reichtum schlechthin. Gold, Edelsteine. Er war so bekannt weltweit, aber für seine Weisheit und für sein Reichtum und Schönheit, was dort alles vorhanden war, haben ihm Menschen von der ganzen Welt besucht. So. Und sowas kann uns zu Kopf steigen, wenn wir es nicht Gott zur Ehre machen, wenn wir uns davon blenden lassen. Deswegen Blendwerk, ja. Also lassen wir uns versuchen. Lassen wir uns blenden. Sagen wir, boah, da habe ich jetzt Glück gehabt. Jetzt sag mal, wie beim Autofahren. Plötzlich passiert was und es geht glimpflich aus. Dann sagst du, boah, jetzt habe ich Glück gehabt. Nein. Gott hat dafür gesorgt, dass du bewahrt bleibst. Was auch immer er mit dir vorhat, sei dir bewusst, er hat dafür gesorgt. Und dann gibt es bestimmt wieder welche. Ja, aber ich hatte einen Umfall und ich bin ins Klinikum gekommen. Na, dann hat das auch seinen Grund, warum du dort hingekommen bist. Weil du von Jesus Christus predigen sollst. Ja, weil du verkündigen sollst, wenn du ungläubig bist. Na, damit du vielleicht darüber nachdenkst, wer dich bewahrt hat, du immer noch am Leben bist. Oder du vielleicht sogar von Jesus Christus hören sollst. Gott hat einen riesengroßen Plan und zwar für jeden Einzelnen von uns. Wir hinterfragen die Sachen nicht. Wir nehmen einfach alles als gegeben hin und sagen nur Glück gehabt oder Pech gehabt oder was auch immer. Aber wir machen unsere Rechnung immer ohne Gott. Das ist ein großes Problem. Denkt mal darüber nach. Gottesmächtigen Segen.